Ich will dich ganz und gar. Das ist Andy Stitzer. Ist das festgeklebt? Ich wünschte, ich hätte eine Schere. Au! Er hat schon ganz schön viel in den Sand gesetzt. Oh, das geht nicht. Tut mir leid. Aber eins hat er sich immer bewahrt. Bist du noch Jungfrau? Oh, du bist echt saukomisch. Mh, das ist gut. Du bist noch Jungfrau. Was, du bist 40 und hattest noch nie richtigen Sex? Ich hab es irgendwann nicht mehr versucht. Wir müssen dir mal helfen. Wir können ihn nicht sexlos durch die Welt gehen lassen. Oh, tut mir leid. Du musst deine guten Seiten hervorheben. An diese Mähne auf deiner Brust müssen wir mit Wachs ran. Oh, verdammtes Mist. Es tut mir leid, das ist ja nur ihr Job. Oh, ich lasse es, die Hörsige völlig aufzulachen. Das Problem der meisten Männer ist, dass sie nicht wissen, wie man Frauen antwortet. Was soll ich denn bitte sagen? Gar nichts. Einfach nur Fragen stellen. Suchen Sie vielleicht irgendetwas? Sollte ich denn vielleicht nach irgendetwas auf der Suche sein? Wir haben eine, ähm, große Auswahl an Do-it-yourself-Bücher. Legen Sie denn auch gerne mal selber Hand an? Was rede ich hier eigentlich für einen Blödsinn? Du solltest dahin gehen, wo alle Frauen auf Männersuche sind. Willkommen beim Speed-Dating! Ich bin Andy und du bist Gina? Gina, alles senkrecht. Natürlich. Hast du es schon bemerkt? Ich bin ziemlich gut ausgestattet. Zieh doch deine Blödsinn wieder hoch. Du hast sehr süße Augen. Wollen wir verschwinden? Willst du, dass ich hübsch bin? Wow! Sieh mich an! Los, sieh mich an! Ja, ich finde das so ein Twist! Sag mal, wo kam denn diese Pfeife her? Bei Universal Pictures. Ich bin Trish. Andy, sie hat mir ihre Nummer gegeben. Mein Gott, Mann! Das ist los! Geht's in diesem Jahr so richtig zur Sache. Wir haben dir jetzt alles gesagt, was wir wissen. Jetzt musst du's in die Tat umsetzen. Die wohl unschuldigste Komödie. Vielleicht sollten wir uns mit dem Körperlichen noch etwas zurückhalten. Des Jahres. Im Leben geht es nicht um Sex. Es geht um Liebe. Es geht nicht um Bumsinnen und Eier oder Puplauchspielchen. Es geht überhaupt nicht um Puplauchspielchen. Naturseckcocktail und Kaviar am Gehenge. Bitte, Herr Hau. Es geht nicht um einen Ausflug in den braunen Salon mit anschließender Unterbodenwäsche, damit sein kleiner Freund wieder glänzt. Jungfrau 40, männlich sucht. Je länger man warte, desto härter wird's.